Hey Leute, heute sprechen wir über Loredana Wollny, die Tochter des TV-Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny. Vor ein paar Tagen löschte sie alle Pärchenfotos mit dem Vater ihres Sohnes in den sozialen Medien und löste damit Spekulationen über eine Liebeskrise aus. Aber keine Sorge, in einem Interview mit Promiflash klärte Loredana auf, dass zwischen ihr und ihrem liebsten Servet alles in bester Ordnung ist und dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Warum hat sie dann die Fotos gelöscht? Es stellte sich heraus, dass es aufgrund von bösen Kommentaren und rassistischen Beleidigungen gegen sie und Servet geschah. Loredana wollte solchen Aussagen keine Plattform auf ihrem Profil geben und hat die Beiträge archiviert. Für ihre Fans wäre eine Liebeskrise sicherlich überraschend gewesen, da sich die beiden erst im März verlobt hatten. Der stolze Vater hatte am Strand um die Hand seiner Liebsten angehalten. Wir sind gespannt auf ihre Hochzeit und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Aktion haltet und ob ihr auch schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Verpasst nicht, uns zu abonnieren, um mehr spannende Promenues zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!